Hallo, wir überraschen heute Elham. Er darf heute bei der U17 von Hertha BSC mittrainieren und kommt einfach mit. Wenn ich jetzt ehrlich sage, ich wusste überhaupt gar nicht, was hier los ist. Das ist richtig mein Traum. Es ist ein großer Traum für Elham, in Erfüllung gegangen. Er darf jetzt gleich bei der U17 mittrainieren. Er ist ein sehr guter Junge und er kann Fußball spielen. Ich habe ihm gesagt, er kann ganz ruhig bleiben, er kann sein Ding durchziehen und dann werden wir sehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.